Herzlich willkommen bei uns in der Lobby-Stage. Schön, dass ihr eure Mittagspause mit uns verbringt und es geht bei uns jetzt um das absolute Querschnittsthema hier auf dem Festival KI und Julius Friedrich ist bei mir. Schön, dass du da bist, Julius. Julius ist Projektleiter des Hochschulforums Digitalisierung am Zentrum für Hochschulentwicklung und hat das HfD auch mit aufgebaut und er ist jetzt heute vor allem in der Funktion her, dass er auch den Monitor Digitalisierung 360 Grad mit begleitet und betreut. Das ist eine quantitative Studie, die die Entwicklung zur Digitalisierung an den Hochschulen sichtbar macht. Das ist jetzt gerade in der zweiten Runde. Ihr seid jetzt glaube ich gerade mit der Befragung am Ende und wir haben jetzt tatsächlich sozusagen exklusive Einblicke in Zahlen, die noch nicht veröffentlicht worden sind, zum Thema KI, wie es an den Hochschulen aussieht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Monitor. Habe ich das richtig verstanden mit der Erhebung? Genau, ziemlich genau. Ich habe sozusagen einfach mal aus der Versenkung ein paar Zahlen mitgebracht, weil wir haben die zweite Auflage gemacht. Der Monitor ist gelaufen, also die Umfrage bis Ende März, also sozusagen relativ frisch noch. Und das Besondere am Monitor ist, der heißt auch Monitor 360 Grad. Warum heißt der 360 Grad? Weil der unterschiedliche Blickwinkel versucht einzufangen. Man hat ja sonst häufig das Phänomen, es werden Studierende gefragt oder es werden Lehrende befragt. Wir machen genau das, aber wir machen sozusagen zeitgleich befragen wir die wichtigen Akteursgruppen, also die Studierenden, die Lehrenden, aber auch die Supportstrukturen und die Hochschulleitungen. Und da habe ich einfach mal so ein paar sozusagen Daten mitgebracht, was wir schon so ein bisschen ausgewertet haben. Ja, dann schieß los. Wie ist der Fokus im Moment? Genau, ich würde mich sozusagen mal durch die Zielgruppen sozusagen tasten. Also bei den Hochschulleitungen finde ich es erstaunlich und positiv erstaunlich, dass flächendeckend die Hochschulleitungen eigentlich zum Thema KI sensibilisiert sind. Also was meine ich damit? 87 Prozent der Hochschulleitungen sagen, das ist KI auf Hochschulebene ein Thema. Und was passiert da konkret? Also viele berichten von hochschulweiten Austauschprozessen, die stattfinden. Aber es passiert auch viel, dass Richtlinien entwickelt werden. Also wie gehe ich eigentlich mit KI um? Und thematisch im Fokus ist bei Hochschulleitungen auf Hochschulebene dann das Thema Prüfen, aber auch so ein bisschen die Frage akademisches Fehlverhalten. Und was ich dann aber sensibilisiert, ist ja das eine. Aber was ich sehr erstaunlich finde, ist, dass 75 Prozent der Hochschulleitungen auch sagen, wir sind in den Startlöchern, wir bereiten Maßnahmen vor. Also es ist sozusagen nicht nur Thema angekommen, sensibilisiert, müssen wir mal machen, sondern es scheint wirklich Aktivität da zu sein. Und wenn man das mal vielleicht noch ein kleiner Exkurs sich überlegt, KI ist als großes Thema in die Hochschulwelt gekommen, eigentlich erst vor anderthalb Jahren, mit dem Ausrollen von ChatGPT. Davor war KI eigentlich ein Thema, das hat immer stattgefunden sozusagen. Es gab Pilotprojekte, es gab Einzelinitiativen, aber das war nie auf Hochschulleitungsebene und in der Breite. Von daher finde ich das schon erstaunlich, was jetzt in anderthalb Jahren dann auch passiert ist. Also das vielleicht mal zu den Hochschulleitungen und ich würde ganz kurz vielleicht noch mal zu den Studierenden und Lehrenden was sagen wollen. Bei beiden ist es so, Studierende und Lehrende, ungefähr die Hälfte sagt, ich nutze KI im Rahmen meines Studiums. Also Studierende irgendwie im Rahmen des Studiums, Lehrende für die Lehrtätigkeit, wird unterschiedlich genutzt. Studierende berichten davon, ich nutze es für die Prüfungsvorbereitung, für Präsentationen, aber auch schriftliche Arbeit. Da bin ich wieder so bei diesem, sag ich mal, Thema Chat-GPT, was ja sozusagen über allem schwebt als KI-Tool, was in der Breite ist. Was aber auch Studierende, was auch ein Phänomen ist, wir haben einerseits 50 Prozent Nutzen ist, wir haben aber von den Hochschulleitungen die Info, nur 33 Prozent der Hochschulen gibt es Lizenzen. Also da scheint ein Gap da zu sein zwischen, die Hochschule bietet mir irgendwie einen Zugang, also da bin ich ganz schnell bei dem Thema Chancengerechtigkeit und Nutzung. Also es scheint Leute zu geben, die nutzen das, obwohl es sozusagen von der Hochschule jetzt mal überspitzt gesagt nichts gibt. Und was bei den Studenten auch rauskommt bei der Antwort, KI als Thema, KI-Kompetenzvermittlung im Sinne von, gibt es da Studieninhalte, die mich an KI-Kompetenzen ranführen, ist eher noch die Ausnahme als die Regel. Aber da reden wir natürlich auch irgendwie über Prozesse wie Curriculumsentwicklung und so weiter, ist natürlich jetzt auch irgendwie nicht das einfachste Brett, was man vielleicht am Anfang bohrt. Und was ich vielleicht nochmal bei den Lehrenden als letzten Punkt herausheben will, ist, wir sehen, Lehrende bilden sich fort und ich schiebe jetzt hinterher und das trotz Zeitmangel. Das wollte ich gerade sagen, das ist ja meist das Problem. Lehrende ist ja immer das Problem. Ich bin in diesen beiden Welten unterwegs, leere Forschung, so ich muss da eh schon oder ich bin noch Mediziner, dann habe ich noch den Dreiklamm mit der Klinik. Aber die Lehrenden bilden sich fort. Das ist ja sehr gut und positiv. Also wir könnten ja auch andere Effekte sehen, sehen wir aber nicht so. Das vielleicht so mal als Schnelldurchlauf durch die Daten. Ja, super spannend. Das hatte ich vorhin schon so gesagt, du bist so für mich so ein bisschen der Jörg Schönborn der Zahlen, der hier irgendwie uns darstellt. Aber du bist ja auch noch mehr, weil du schreibst ja auch Positionspapiere. Du hast ja auch Ideen. Was können wir jetzt mit diesen Zahlen anfangen? Was leiten wir daraus ab? Was ist denn deine Einschätzung? Was muss auf Basis dieser Erkenntnisse, die ihr da gewonnen habt, jetzt passieren an den Hochschulen? Also ich glaube und da erzähle ich wahrscheinlich dem meisten nichts Neues. Wir leben in einer KI geprägten Welt. Also KI ist da. KI-Tools werden nicht mehr verschwinden, bestimmen an unterschiedlichen Bereichen unsere Lebensrealität und wie wir arbeiten. Und ich glaube, dementsprechend muss das Thema auch flächendeckend als irgendwie Lerninhalt in die Hochschulen, also ich muss als Student irgendwie bei der Entwicklung begleitet werden. Was meine ich damit? Also ich glaube, alle Studierenden brauchen ein Grundverständnis davon, wie wirken so KI-Tools? Was können die? Was können die auch nicht? Weil also es ist ja ein Trugschluss jetzt irgendwie zu sagen, ich prompte da mal was rein, nimm dieses Ergebnis, egal ob es für eine Hausarbeit ist oder für was auch immer. Das ist ja nicht, das ist ja nicht Wikipedia, da kommt ja keine Wahrheit raus. Das ist sozusagen ein Wahrscheinlichkeitsmodell. Und solche Sachen muss einfach jeder wissen und verstehen, damit ich da irgendwie auch wirkungsvoll mit arbeiten kann und das anwenden kann. Das ist, sage ich mal, so eine generelle KI-Kompetenz, die, glaube ich, am Ende des Tages irgendwie jeder braucht. Und an vielen Stellen stellen sich dann aber fachliche Fragen auch. Also das ist eine fachliche Frage. Was bedeutet das eigentlich für die Medizin? Was muss ich da in meinem Medizinstudium eigentlich mitkriegen? Und jetzt habe ich sehr viel über Inhalte gesprochen, aber ich glaube, was auch ein Riesenthema wird und noch verstärkt wird, wir reden seit Bologna über Kompetenzen. Studium soll kompetenzorientiert sein. Und ich überspitze jetzt sehr und bin sozusagen, mache es sehr in der Zuspitzung. Und es gibt Studiengänge, am Ende des Tages ist die Kompetenzprüfung, ich schreibe eine Multiple-Choice-Klausur. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und was meine ich damit? Also ich glaube, KI ist da eigentlich ein Katalysator, um über eine neue Prüfungskultur nachzudenken und sozusagen schiebe das an. Also ich kann jetzt nicht mehr sagen, ich mache einfach irgendwie immer noch die Hausarbeit und immer noch die Multiple-Choice-Klausur. Ich prüfe nur Wissen ab. Ich will damit nicht zum Ausdruck bringen, dass Wissen nicht wichtig ist. Ich muss ja Wissen haben, um die Ergebnisse von der KI zu verstehen und einzuordnen, um zu wissen, ob das falsch ist. Aber um in, ich würde es mal sagen, in so einen ko-kreativen Prozess mit einer KI zusammenzugehen, brauche ich einerseits Wissen und dann aber auch brauche ich, glaube ich, auch perspektivisch im Job andere Kompetenzen. Also wir reden dann, glaube ich, auch so etwas wie über Teamarbeit gemeinsam, all sowas. Und das muss sich dann am Ende des Tages auch irgendwie im Lernen und Prüfen in Hochschulen abbilden. Und du hattest vorhin auch schon dieses Thema Chancengerechtigkeit angesprochen. Scheint ja dann tatsächlich da auch virulent zu sein. Oder da kommt was auf uns zu vielleicht? Ja, also ich glaube, der Punkt ist, wenn KI in der Hochschule eingesetzt wird, in welcher Art und Weise auch immer, also als methodischer Baukasten oder als Lerninhalt und die Studierenden können KI-Tools nutzen. So, dann kann das nicht sein, so ihr macht das mal selber und ihr meldet euch da selber an und zahlt auch noch. Also dann rede ich darüber irgendwie Stichwort Matthäus-Effekt. Wem hat den Wert gegeben? Also ich bin irgendwie sowieso schon irgendwie finanziell ganz gut aufgestellt. Dann kann ich auch irgendwie diesen ganzen Methodenkoffer an KI-Tools nutzen. Ich glaube, wir müssen dann sehr stark auch darüber nachdenken, wie können stärker Hochschulizenzenzen oder was auch eine Entwicklung ist. Das eine ist ja, viel diese amerikanischen Systeme, die kostenpflichtig sind, aber es ist ja leider auch erst im Entstehen aber auch Open-Source-Alternativen, dass irgendwie Leute das ganz anders nutzen, weiterentwickeln können. Und ich glaube, da ist einfach noch viel Bedarf und viel Luft da. Und das ist, finde ich jetzt aber auch, wie gesagt, wenn wir nochmal sozusagen zum Anfang springen, seit anderthalb Jahren ist das Thema überhaupt in der Breite. Ist das jetzt, glaube ich, auch, aber wäre nicht meine Erwartungshaltung, dass ich hier Stand heute erzählen könnte, wunderbar, ist irgendwie alles, Job ist dann. Wir sehen, es arbeitet in dir. Du fängst schon an mit den Ergebnissen, Ideen zu entwickeln. Ganz kurz nochmal, wann können wir die Ergebnisse lesen? Wann wird es veröffentlicht? Der Monitor ist ja sozusagen nicht nur KI, sondern wir haben auch andere Themen, Lernräume und so weiter. Warum sage ich das? Weil wir wollen jetzt schon relativ zeitnah in den nächsten Wochen einen Blickpunkt zu KI, also die Ergebnisse, die ich skizziert habe, rausbringen, damit das sozusagen schon mal schnell da ist, weil ich glaube, das interessiert viele aktuell. Und wir planen so ungefähr September, Oktober dann den größeren Monitor, der dann den ganzen Brit macht, ja auch zum ersten Monitor Zeitvergleich herstellen kann, rauszubringen. Cool. Wir freuen uns drauf. Super, dass du uns schon mal einen kleinen Einblick gegeben hast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Festival. Du bist bestimmt hier und da nochmal zu sehen, zu hören. Und man kann dich, wenn man in Berlin ist, bestimmt auch hier treffen und mit dir noch über die Ergebnisse diskutieren. Okay. 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 ...